Hallo und willkommen bei HardwareRat. Hier das Update des 900 Euro Gaming Computers Oktober 2015. Als Prozessor der Intel Xeon E3 1231 V3 mit 4x3,4 Gigahertz. Er hat einen Turbo von 3,8 Gigahertz, 80 Watt TDP und Hyper-Sweading, das bedeutet jeder Kern hat zwei Sweats, also ein theoretischer Achtkerner. Er reicht natürlich für alle derzeitigen Games ohne Probleme aus und sollte für Gamer die nächsten 3 bis 4 Jahre dicke ausreichen. Als CPU-Kühler der LC-Power Cosmocool LC-CC120 erst mit dabei, damit er den Prozessor gut und leise kühlen kann. Und als Mainboard, das ist der SROG H97 Pro 4 mit dem Intel H97 Chipsatz. Es hat USB 3, SATA 3, 4 DDR3 RAM-Bänke, Pisa Express 3.0, ein 7.1 Soundchip und am IO-Panel zweimal USB 2, einmal PS2, VGA, D4 und HDMI. Die Grafikanschlüsse des Mailmords kann allerdings nicht genutzt werden, da der Prozessor keine integrierte Grafikeinheit hat. 4x USB 3, eine LAN-Buchse und 6 3,5 Millimeter Klinken für den Soundchip. Als Arbeitsspeicher 8 GB Kuschel Ballistic Sport, DDR3 1600 und C19 recht flott. Es ist ein Dual-Kit, was heißt man kann ihn im Dual-Genre-Modus betreiben und 8 GB sind derzeit für Gamer mehr als genug. Und als SSD die 250 GB Kuschel MX200, es ist eine sehr schnelle SSD und 250 GB reichen in der Regel aus für das Betriebssystem, alle Programme und ein oder zwei Spiele. Als HDD eine 1 TB von Toshiba, es ist eine überdurchschnittlich schnelle Festplatte und 1 TB sind für die meisten unter euch locker ausreichen. Als Grafikkarte die 4 GB Sapphire R9 380 Nitro. Es ist eine überzackte Version der R9 380, trotzdem bleibt sie dank dem guten Kühler recht leise. Mit ihr sollen man dann die meisten derzeitigen Spiele auf mindestens hohen Einstellungen flüssig spielen können. Als Netzteil das 550 Watt XFX TS 550G. Es hat 80 Fuß Gold, was energiesparend ist und 550 Watt sind für den PC natürlich viel mehr als genug, man hat also noch ordentlich Platz zum Aufrüsten. Dann noch ein DVD-Brenner von Samsung. Und als Gehäuse das Endermax Eye Vector Q. Es ist ein auffälliges blauleuchtendes Gehäuse mit sehr viel Platz für Komponenten, außerdem sind zwei Lüfter bereits vorinstalliert, aber natürlich könnt ihr selber entscheiden, welches Gehäuse ihr nehmen wollt. Wer den PC nicht selber zusammenbauen möchte, kann ihn auch für 29,90 Euro zusammenbauen lassen. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, ich hoffe das Video hat euch gefallen. Falls das Video älter als zwei Monate ist, bitte in die Beschreibung schauen, dort auf den jeweiligen Link klicken, diese würde ich immer zur neuesten Version. Dann bis zum nächsten Video.